So dann! Ja, liebe Freunde, ich habe natürlich mal wieder nach der Aufnahme nicht anhalten können und noch ein bisschen weitergebaut. Hier dieses Wasserproblem mit dem Brunnen, das kriege ich irgendwie nicht hin. Das ist so, da bleibt eine Strömung drin, aber irgendwie sieht das dann auch wenigstens ein bisschen belebt aus. Aber das war nicht die Hauptsache. Nein, ich bin rüber in den Eichinger Hof und habe dort ordentlich Pferde gezüchtet. Und hier haben wir Albatross, das mächtige Streitross, höchste Lebensenergie. Hier haben wir den Bussard, einen wunderschönen, braun-weiß-gefleckten Gaul, genau wie Falke. Zwei Brüder, die beide recht hoch springen können und auch ordentlich schnell rennen können. Hier ist die Elster, schwarz-weiß-geflecktes Ross, auch sehr schnell. Okay, und hier den schwarzen Raben. Ein wunderschönes Pferd mit ordentlichen Eigenschaften. Jeweils hier untergebracht. Einmal Sattel, einmal Rüstung. Irgendwann kommt da auch noch Zaumzeug dazu. Das habe ich jetzt... Ich muss einfach mal wieder dringend... Achso, und hier ist dann Stroh, genau. Ich muss einfach mal wieder dringend Seile machen. Und das ist noch nicht das Einzige. Ich habe auch... Nein, hier im Turm noch nicht, aber... Hier noch ein wenig weitergemacht. Und hier werden wir dann auch noch in dieser Aufnahme, aber nicht mehr in dieser Folge, weiterarbeiten. Denn... Der Keller wird gebaut. Hier in den Keller kommen natürlich noch weitere Dinge hinein. Wahrscheinlich hier die Kombüse-Küche, wie auch immer. Und weil das dann besonders grausam für die Häftlinge ist, hier kommen Kerkerzellen rein. Für hochnotpeinliche Befragungen. Und wenn dann da gleich die Küche nebenan ist, ist das natürlich total gemein. So sind wir. Hier oben, das Ganze wird wohl dann am ehesten Waffenkammer oder Lazarett werden. Hier dementsprechend dann das andere. Wahrscheinlich eher hier Lazarett, mal schauen. Und hier oben kommt dann Schlafbereich für die Soldaten. Und oder auch hier. So, gehen wir wieder durch den Turm zurück. Hier bin ich ja soweit jetzt erstmal mit den gröbsten Sachen durch. Natürlich, für den Untergrund muss ich mich noch entscheiden. Und der Juhu, mein tapferer Zwergenkönig und ähm... Steht da, Zuschauer. Der hatte vorgeschlagen, mach das doch so wie im Sägewerk. Sägewerk sieht doch gut aus. Und da ich das überhaupt nicht mehr im... Vor dem geistigen Auge habe, wie das Sägewerk aussieht, schnapp ich mir die Elster und ähm... Wir reiten jetzt mal hin. So, genau. Ich wollte doch gerade sagen, es geht doch. Ich komme doch hier rein und raus. Das habe ich doch getestet. Dann können wir nämlich jetzt schon mal ausprobieren, wie das so ist, wenn wir hier in Zukunft als Teil der Reitergarde unsere Richtung Schlachtwelt auf den Weg machen. Und es ist genau dieser Weg, den wir dann alle reiten werden. Vorsicht, Kuh auf der Fahrbahn. Aber hier zum Enderportal wollen wir noch nicht. Nein, wir wollen hier ins Sägewerk. Dann meinte er, das wäre... Hier, gigantische Sprünge. Yay! Also viel mit Kies und mit Steinen im Wechsel. Ja. Und oder auch natürlich hier mit solchen Halbplatten. Ich glaube, das... Ja, ich... Ja, doch, das gefällt mir. Das könnten wir machen. Vielleicht jetzt weniger Steinfelder rein und weniger Erde. Denn, äh, diesen Used-Look finde ich zwar generell ganz gut, aber irgendwie bei militärischen Einrichtungen oder so, ich habe da immer so einen Ordnungsfügel. Also, was die Wege angeht. Aber doch, ja. Es ist doch schön, mal wieder hier im Sägewerk vorbeizuschauen. Anscheinend ist gerade... Ich meine, was haben wir denn heute? Heute ist Mittwoch. Machen die da jetzt schon früher Schluss hier immer oder so? Keine Ahnung, kann sein. Mensch, Elster, du bist ein ordentliches Ross. Bremst? Nein, da wollen wir nicht lang. Nix, mal ordentlichen Zahn zu. Oh, und wenn man hier dann rauskommt und das Bollwerk so sich entfalten sieht. Ach so, und da oben seht ihr jetzt natürlich auch nochmal die Flagge des, ähm, Städtebundes. Und dort natürlich die Hexenwachter-Flagge, denn als Stützpunkt der Hexenwachter-Drachenreiter darf natürlich auch die nicht fehlen. Also wir haben die zweimal die vom Städtebund, die Hunsgrabe und die Hexenwachter-Flagge. Zumindest die Wappenfarbe. Juhu! So, und packen wir dich wieder ein. Saddle up. Abgestiegen. Dankeschön. Dem wieder zurück. So. Was liegt heute an? Heute liegt an, bauen, solange der Vorrat reicht. Und zwar sollen die Werkstätten entstehen. Und da muss ich mich erstmal... ...muss ich mir erstmal mit mir selbst einig werden, wie denn, ähm, das Werkstattgebäude überhaupt aussehen soll. Wir wollen hier natürlich eine offene Hufschmiede drin haben. Und einen Werkstattbereich. Ja, mit welchen Steinen machen wir das? Nicht mit den Turmsteinen, die haben wir sonst schon so viel. Mit dem Holz haben wir auch schon so viel gemacht. Was machen wir? Wir können natürlich auch irgendwo noch ein bisschen anderes Material herholen. Ich glaube, ich habe kaum Eichenholz da. Birke ist jetzt auch schon viel weggegangen für so Sachen wie Kisten und Truhen und so. Was haben wir hier noch drin? Hallerlei. Ich gehe mal kurz ein bisschen... Eigentlich, Leute... ...fällt mir gerade so ein... ...ich brauche ja dann für den Heilerbereich, brauche ich ja auch einen Alchemie-Tisch. Dafür brauchen wir Lohnrouten. Dafür müssten wir mal wieder in den Neta. Wäre das jetzt was? So... ...vor dem ganzen Gebäude oder nach dem ganzen Gebäude? Dann so spätestens am Sonntag in der Folge. Wie bin ich denn gerüstet? Mehr schlecht als recht. Die Waffe fast kaputt. Also so kann ich mich im Neta nicht blicken lassen. Da reißen die mir den Allerwertesten auf. Ach, komm. Ich habe jetzt gerade mal Lust auf Abenteuer. Ich brauche ein bisschen Baumaterial aus dem Neta. Also Abbennähter, der Peter. Also Peter Zordern heißt sich ja eigentlich. Hier nehme ich die neue Rüstung mit. Ob nur die oder die besser geschützt ist, die auch nicht. Okay. Aber irgendwie ein neues, neueres, besseres Schwert muss ich dann doch mitnehmen. Dann nehme ich hier mal das Haltbarkeit und das Schärfe. Oder nehme ich das, nehme ich den Drachenzahn. Das legendäre, magische Schwert. Nee, ich nehme mein, mein übliches Witz. Ach, und dann kann ich auch noch mal eine Runde hier bei den Fairies übernachten. Wo ich schon mal da bin. Und dann kann ich auch gleichzeitig den Chat ausstellen. Oh, ich glaube, jetzt bin ich aus dem Bett ausgestiegen. Ups. Bevor ich ganz durchgeschlafen hatte. Das ist ja peinlich. So, die normalen Klammerten ab. Das Wurstzeug an. Und irgendwo Zombie-Tier schon wieder ein Zombie-Nauter rum. Ich höre den doch. Wahrscheinlich unten im Keller oder so. Nein. Hier nicht. Okay. Ja, Leute, auf geht's. Auf ein kleines Abenteuer. Auf eine Tour de Force. Wo kommen wir jetzt am schnellsten zum Netator? Ich muss doch einmal durch die Stadt durch, oder? Ich fürchte, ja. Sandstein habe ich auch keinen mehr. Habe ich hier sowieso nicht. Aber eigentlich könnten wir dieses Werkstattgebäude doch so ein bisschen aus einer typischen Kombi aus Sandstein und so bauen. Oder dann an uns Nähterziegeln. Mal schauen. Sandstein müsste ich mir in Hunsgrad besorgen. Kuh zur Seite. Oh, hier ist jetzt Baden streng verboten. Und wer hält sich wieder nicht dran? Wie kommt der denn da immer runter, Leute? Na gut, okay. Na gut, okay. Dann ist er noch offen für die Luftbewohner. Aber der? Ist wieder typisch, ne? Keiner hält sich an Zerons Anweisungen. Guten Tag. Eisenachs. Na schön. Ja, danke. Schutz 2 Diamantrüstung. Ne, wir haben keine Disco-Rüstung jetzt hier. Haltbarkeit, Effizienz, aber das ist kein Diamant, ne? Ne, okay. Wenn man die dafür auch verwenden kann, aber ich bräuchte dann ja trotzdem dementsprechend hier Smaragde, die ich jetzt nicht in der Tasche habe. Na? Oh, nettes Angebot. Ich habe leider gerade keine Kohle, aber ich komme darauf zurück. Wer hat schon Kohle? Das ist mitten im Monat. Da ist die Kohle schon alle, ey. Okay, oi, oi, oi. Ah, verlaufen. Doink. Seht ihr, halbe Folge rum und noch nicht viel passiert. Deswegen jetzt schnell den Neter. Da erlebt er was. Mit mir. Hier. Ich bin mal so frei. Beutekisten. Und hier habe ich also gar nicht persönliche Beutekisten. Das finde ich gut. Da kann ich mal ein Bett mal rein tun, weil das brauche ich jetzt nicht. Mir wird immer ein bisschen schlecht hier. Ich habe noch nicht mal einen Bogen mit. Das ist leichtfertig. So viel Zeug, aber nicht das, was wir direkt brauchen. Und ich will hier auch keinen irgendwie plündern. Hier wird ordentlich Ziegel gebrannt. Mir war doch so, dass in die Richtung eine Festung war. War dem nicht so? Let's show. Ach, du. Ha, ha. Return to Sender. Address unknown. Schön, mal wieder hier zu sein. Schön warm. Was, schon wieder einer? Oh, Leute. Was ist da oben? Erde. Entschuldigung, wo geht es denn hier zur nächsten Neter-Festung? Da nicht. Ich dachte, die können keinen Schaden mehr anrichten. Ich muss mir irgendwie den Rückweg merken auch, sonst... Oh, hoppla. Und ab und zu mal hingucken. Garstiger, Garst. Verdammte Garstarbeiter. War hier nicht irgendwo hier drüben? Da war doch mal was. Sag doch mal. Ihr kennt euch doch hier aus. Nicht? Das nächste Mal muss ich mir echt einen Bogen mitnehmen. Wie kann ich denn nur einen Bogen im Neter vergessen? Ich muss hier Gas-Tennis spielen. Das ist total anstrengend, weil die immer sich bewegen. Und es hat sogar eine Gasträne geregnet. Juhu. Die können wir gebrauchen. Nicht wirklich doll, aber so ein bisschen. Und hier ist die Lava-Stelle von Ceron, wo er sich mal Lava geholt hat. Und ich glaube, da drüben müsste doch schon irgendwo so eine Festung sein. Doch wie dorthin gelangen. So ein Effizienz-Spitzhacke ist das Größte hier. Bababababababab. Aber so richtig weiter bringt mich das hier auch nicht. Mensch, wo war denn hier eine Festung? Hier muss doch irgendwo eine gewesen sein. Ich meine, das ist schon okay. Ich brauche diesen Neter-Stein. Brauche ich auch. Aber später erst. Später den Neter. Das sieht hier auch alles anders aus inzwischen. Seit hier so ein komischer neuer Herrscher, die diesen Palast da drüben gebaut hat. Aber vor allem seit wir hier keine Wegpunkte mehr nutzen können. Was natürlich total schlecht ist. Vor allem im Neter. Da verläuft es sich ja dann schon mal leichter. So. Diese Festung ist schnell wiedergefunden. Das ist sogar nicht das Problem. den Tag geht kein Problem. Und tag geht's hier durch? Nein. Warum stehen sie dann da? Hier deswegen. Okay. Vorsicht. Er ist mir in die Spitzhacke gelaufen. Das war versehen. Ich wusste nicht, dass die geladen war. Überall seltsame Erdgebilde, wo schon mal irgendeiner von uns langgelaufen ist. Achte im Neter, wohin du gehst. Oh, wie nett. Noch mehr Gastränen. Und seither traut sich auch keiner mehr von denen hier an mich ran. Das gefällt mir ja noch besser. Hier ist eine Hochsicherheitsbrücke. Die gehe ich mit hoher Sicherheit nicht lang. Dass man hier immer so schnell so ein Hüngerchen kriegt, ist auch so ein Ding, ne? Na warte, ich gehe mal diesen Pferdegang entlang. Ich meine doch diesen Pferdegang. Da konnte man auch irgendwo zu dieser Festung rüber. Oder es führt da durch oder so. Ne, ne? Dann trifft er nicht. Ne, nicht diesen Pferdegang. Krieg ich Ärger. Der Pferdegang. Ach ja. Mal einen Schlucki trinken. Ist schon schön hier. Nicht? Ja, nicht. Geht's hier zur Festung? Nein. Sehen Sie in dieser Folge, wie Zorlan durch lange Gänge rennt. Spannende Unterhaltungen führt mit... ...nähter Bewohnern. Und springt wie ein Pferd. Es geht wirklich sehr lange raus hier. Lange. Lange, lange. Sehr lange. Ah, nein. Okay. Guten Tag. Festung? Fortressio, die, äh, 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 äh. Limbo hier. Ah, da drüben. Da drüben ist sie. Sehr gut, sehr gut. Die oder irgendeine andere, aber auf jeden Fall eine. Dann wird's ja bestimmt auch einen Quergang rüber geben. Ich kenne doch meinen Pappenheimer Ceron. Der würde sich doch kein Abenteuer entgehen lassen. Und dort werde ich hoffentlich auf Lohnrouten treffen. Gucken wir, wie wir da rüberkommen. Also nicht auf Lohnrouten, sondern auf Lohn, die ihre Routen nennen, hergeben. Ist wieder typisch. Ach, hier ist ein Tor. Ein Tor ist hier. Können wir das auch zurücknehmen? Also, um nach Hause zu kommen. Ich will nicht zurücknehmen, dass hier ein Tor ist, sondern wissen, was ich meine. Ähm, ich bin dann mal so frei. Es ist ja auch im Sinne Hunsgrabs. Ich muss da durch. Ich muss da rein. Zeige ich noch nicht mal fackeln, um das hier zu markieren, oder? Machen wir das so. Das erkenne ich von Weitem. Mahlzeit. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich laufe hier auf den Gängen. Dann schauen wir doch mal. Hier muss doch... Ah, da hinten. Da hinten sieht es schon mal gut nach Spawner aus. Ach hier, du bist doch so ein fieses Vergift-Mein-Nicht-Skillet. Hast du irgendwas Besonderes gedroppt? Deinen Schädel zum Beispiel? Schade. Oh ja, das hört sich schon gut an. Schnell heile, heile, heile Gänzchen machen und dann gibt es Aufe. Was haben wir hier drin? Das sind genau die Kandidaten, die ich brauche. Na, dann kommt mal raus. Nö, erscheint schon. Habt ihr Angst vor mir? Das kann ich mir nicht vorstellen. Nur eine Route? Eigentlich sollte ich damit zufrieden sein. Aber ich kenne ja mich. Ah, hier ist noch so ein Kandidat. Jawohl. Was kommt da rum? Trau dich. Traut sie nicht. Oh, noch eine Route. Ja, mit drei Routen sind wir doch schon ganz gut dabei. Muss ich nur den rechten Weg zurückfinden. Hier nicht. Oh Gott. Oh Gott, das will ihn dort nicht. Ist hier noch einer? Komm schon, komm schon, komm schon. Ne, ne, trau dich. Oh, das war wahr. Das kann man aber plötzlich. Okay, ich brenne ein wenig. Ich hab vier Lohn. Das sollte reichen. Alles klar. Vielen Dank hier im Netarkaufhaus. Ich bin dann mal weg. Und hier bin ich falsch. Liebe Freunde, beim nächsten Mal suche ich den Weg hier raus, dann geht's zurück nach Hause und dann wird wieder weitergebaut. Kleines Zwischen-Kurz-Abenteuer. Ab und zu brauchen wir das mal. Bis morgen, liebe Freunde. Macht's gut. Tschüss.